Oh Mann, das ist ja Professor Kiltau. Ah, muss ich wohl rangehen. Mist. Hallo, Professor Kiltau. Hallo, Herr Metz. Super, dass ich Sie erreiche. Herr Metz, ich habe da eine großartige Idee. Sie werden sie mögen. Also, ich hatte Ihnen ja Arbeitsblätter geschickt, auf denen ich den Bubble-Sort-Algorithmus, wie ich finde, brillant erkläre, so dass es wirklich jeder verstehen kann. Und ich glaube, dass es toll wäre, wenn Sie dazu vielleicht ein Video drehen könnten. Naja, ich habe halt keine Zeit. Es ist ziemlich aufwendig, so ein Video zu drehen. Natürlich, keine Frage. Aber Herr Metz, Sie sind doch der Profi in der Video-Erstellung. Ich glaube, keiner kann das Video so gut machen wie Sie. Meinen Sie wirklich? Ja, probieren Sie es doch mal, Herr Metz. Alles klar, setze ich mich direkt mal dran. Vielen Dank. Und vielen Dank übrigens für die tollen Arbeitsblätter. Gern geschehen. Ich schaue mir dann auch später das Video. Das würde mich freuen, ja. Dann machen Sie es gut. Tschüss. Hallo. Ich erkläre Ihnen heute den Bubble-Sort-Algorithmus. Der ist eigentlich nicht schwer zu verstehen, aber im Detail nicht ganz untricky. Ich erkläre das außerordentlich genau und langsam die einzelnen Schritte. Das ist wahrscheinlich das einzige Video, mit dem Sie ihn wirklich zwingend verstehen werden. Vorweg, falls Sie mit verschachtelten Schleifen und so weiter keine Probleme haben und in Informatik-Pro sind und nur kurz wissen wollen, wie der Bubble-Sort-Algorithmus funktioniert, dann suchen Sie sich ein anderes 3-Minuten-Video auf YouTube oder irgendeine Wikipedia-Seite, wo das kurz erklärt wird. Dann werden Sie das auch verstehen. Dieses Video hier ist gedacht, um es Ihnen ganz genau Schritt für Schritt darzulegen. Gut, als erstes mal ganz kurz veranschaulicht, wie funktioniert der Bubble-Sort-Algorithmus. Hier gibt es ein Scratch-Projekt. Die URL habe ich hier eingeblendet. Wo hier dieser hübsche Roboter diese Zahlen sortieren soll. Sortieren bedeutet, wir bringen sie in eine Reihenfolge. Wie würden Sie die Zahlen sortieren? Naja, Sie würden halt die 0 da stehen lassen und die 1 rübernehmen. Aber ein Computer hat eben nicht die Übersicht über alle Zahlen, sondern muss das irgendwie zahlenweise durchgehen. Es gibt zahlreiche Sortier-Algorithmen. Uns interessiert jetzt nur der Bubble-Sort-Algorithmus. Ich lasse das mal laufen. Der Roboter geht hin, nimmt immer zwei Zahlen und schaut immer, welches ist die größte. Sie sehen, die größte behält er in der Hand. Jetzt ist die 9, die ist größer als die 6 und größer als die 4. Und jetzt stellt er die 9 ans Ende. Gong, nächster Durchgang. Er nimmt zwei Zahlen und behält immer die größere in der Hand. Sie können sich vorstellen, dass er jetzt die 8 in der Hand behält und sie rechts hinstellen wird. Sie beachten, dass er die 9 nicht mehr in die Hand nehmen muss, da er ja schon weiß, dass die 9 die größte war. Er wird jetzt auch die 8 nicht mehr in die Hand nehmen. Ganz süß, bam, 7, 8, 9 sind schon geklärt. Das heißt, jetzt muss er nicht mehr 9 oder 10 Durchgänge machen, wie viele Durchgänge er jeweils macht, besprechen wir noch ausführlich, sondern nur bis hierhin. Jetzt ist klar, sobald er die 1 geprüft hat, muss er nicht mehr zur 6, 7 oder 8 oder 9 gehen. So macht er das. Und ich denke, wir können das jetzt im Schnelldurchlauf laufen lassen. Der Roboter freut sich, wir freuen uns auch, die Zahlen sind richtig sortiert. Schauen wir uns mal an, was der Roboter alles können muss. Zuerst mal muss er zwei Zahlen vertauschen können. Schauen Sie hier, die 5 und die 2, die müssen vertauscht werden, denn die 5 ist ja größer, die 2. Er schleppt die größten Zahlen nach rechts rüber, von uns aus gesehen. Das ist der Dreieckstausch, den haben Sie schon gelernt. Ich werde da nur am Rande drauf eingehen. Falls Sie wissen wollen, wie er geht, irgendwo wird es eingeblendet sein. Wir haben ein tolles, tolles Video, das Sie auch anschauen können. Das nächste ist, er muss die größte Zahl nach rechts schleppen können. Das ist eigentlich der Kern des Bubble Sort Algorithmus, dass der Roboter die ganze Reihe abläuft und am Schluss die größte Zahl ganz hinten steht, von uns aus gesehen ganz rechts. Wir nennen das mal den die größte Zahl ans Ende Algorithmus. Das heißt, das Vorgehen, wie schaffen wir es, dass die größte Zahl ans Ende gerät. Und schließlich muss der Roboter mehrere Durchgänge dieses größte Zahl nach rechts schleppens begehen können. Schauen wir mal dieses Beispiel an. Er hat offensichtlich schon vier Durchgänge geschafft, wo die 9, die 8, die 7 und die 6 ganz rechts stehen. Wie viele Durchgänge muss er jetzt noch machen? Na, ungefähr 5 oder 6, werden wir auch noch genau sehen. Das heißt, er muss in insgesamt 9 oder 10 Durchgängen, muss er jeweils die größte Zahl nach rechts schleppen. Und er muss kapieren, dass er jetzt nicht mehr bis zur 7 oder zur 8 laufen muss, da er das schon erledigt hat. Das sind die drei Anforderungen. Dreieckstausch, größte Zahl ans Ende Algorithmus und mehrere Durchgänge, solange bis die Reihe ganz sortiert ist. Und das lernen Sie jetzt. Viel Spaß! Ganz kurz nochmal zum Dreieckstausch. Ein sehr wichtiges Verfahren im Umgang mit Arrays. Wir wollen zwei Positionen in einem Array vertauschen. Hier in unserem Beispiel Waffen 1 und Waffen 2, also die Index 1 und 2 des Waffen Arrays. Dazu deklarieren wir eine Variable Zwischenspeicher, weisen der zum Beispiel das erste Element des Arrays zu. Danach können wir das zweite Element ins erste schieben und haben im Zwischenspeicher noch das erste Element, das wir nun dem zweiten Element zuweisen. Dazu gibt es wie gesagt ein ausführliches Video, deshalb belassen wir es dabei. So, next one. Im Bubble Sort Algorithmus gibt es ein Verfahren, mit dem wir die größte Zahl nach rechts, also ans Ende des Arrays schieben. Wir taufen das mal, dass der größte Zahl ans Ende Algorithmus. Stellen wir uns dieses Array vor. Es hat vier Elemente. Ich weise nochmal darauf hin, dass in anderen Programmiersprachen der erste Index in der Regel 0 ist. Das heißt, wir hätten hier die Werte 0, 1, 2, 3. Aber in Scratch will man es uns einfach machen, deshalb beginnt alles bei 1. Wir haben also Array 1, die Variable heißt Array in unserem Fall, Array 2, Array 3 und Array 4. Vier Werte sind gespeichert, nämlich die Zahlen 6, 4, 9 und 2. Nun beginnen wir links und vergleichen immer zwei benachbarte Elemente des Arrays. Ist das linke Element größer als das rechte, dann tauschen wir. Eben der Dreieckstausch, sodass das linke Element nach rechts wandert. Und so machen wir weiter, bis die größte Zahl im ganzen Array rechts steht. Veranschaulicht sieht das so aus. Im ersten Schritt schauen wir also, ist die 6, das linke Element, größer als die 4? Ja, also müssen wir tauschen. Das heißt, die 6 wandert nach rechts, wir führen einen Dreieckstausch durch. Jetzt kommen die nächsten beiden Elemente. Ist die 6 größer als die 9? Nein, also entspannen wir uns, nichts wird getauscht. Letzter Vergleich, ist die 9 größer als die 2? Ja, wir tauschen die 9 mit der 2 und damit ist die größte Zahl im ganzen Array rechts angekommen und sie steht ganz rechts. Das nennen wir den größte Zahl ans Ende Algorithmus. Wichtig ist, dass Sie erstmal verstehen, wie er grundsätzlich funktioniert. Immer zwei Elemente vergleichen. Wenn das linke Element größer ist als das rechte, vertauschen wir, sodass das linke eine Position nach rechts rutscht. Und dann wiederholen wir das gleiche, ein Indexwert weiter. Schauen wir mal noch kurz, wie viele Vergleiche wir eigentlich anstellen müssen in diesem Array, das 4 Elemente hat. Wir müssen 3 Vergleiche anstellen, nämlich Element 1 und 2, Element 2 und 3 und Element 3 und 4. Wir haben also immer Länge des Arrays minus 1 Vergleiche. Da die letzten beiden Werte, wenn sie verglichen werden, sich automatisch justieren. Wir müssen nicht mehr das letzte Element mit dem letzten vergleichen. Das wäre ja doof. Werfen wir einen kurzen Blick auf das Struktogramm. Wir geben unserem Index den Wert 1. Das heißt, wir fangen an mit dem Element 1 des Arrays. Und jetzt sagen wir, wiederhole so lange bis Index größer als Länge des Array minus 1. Das heißt, Index ist 1, machen wir weiter. Index ist 2, machen wir weiter. Index ist 3, machen wir weiter. Index ist 4, ist das größer als die Länge minus 1. Ja, bei 4 müssen wir also nicht mehr weitermachen. Jedes Mal überprüfen wir, ist Array mit dem Indexwert größer als das Element mit dem nächsten Indexwert. Das heißt, das Index 1, sagen wir, ist Array 1 größer als Array 2, ist das erste Element größer als das zweite Element. Wenn das der Fall ist, dann sagen wir, tausche. Wenn das nicht der Fall ist, sagen wir, ist ja schon super, mach gar nichts. Anschließend müssen wir, wie wir es von Schleifen kennen, den Index erhöhen, damit wir mit der nächsten Position, also in unserem Fall mit der 2, fortfahren. Dann vergleichen wir wieder, ist die 2, also ist Element 2 größer als Element 3 und so weiter. Hier einige Übungen für Sie. Sie haben ein Array mit den Lottozahlen vom vorletzten Wochenende. Da sind die Werte 18, 19, 2, 1, 42, 39 und 45 drin. Wie viele Elemente hat das Array? Richtig, 7. Wie viele Vergleiche müssen Sie anstellen, damit die größte Zahl ganz nach rechts rutscht? Denken Sie nach. Richtig, 6 Vergleiche, nämlich die Länge des Arrays, minus 1. Nehmen Sie jetzt ein Blatt Papier, stoppen Sie das Video und vervollständigen Sie die Tabelle mit allen Vertausch- und Vergleichsvorgängen, so wie vorhin gezeigt. Machen Sie es jetzt. Gut, schauen wir uns mal die Lösung an. So sollte es bei Ihnen aussehen. Das heißt, Sie haben insgesamt 6 Vergleiche, in denen verglichen und vertauscht wird. Und am Schluss steht die größte Zahl ganz rechts, nämlich die 45. Das wussten wir ja schon vorher, aber der Computer wusste es nicht. Er musste erst den ganzen komplizierten Prozess durchlaufen. Nächste Aufgabe. Das erläuterte Beispiel. Sollen Sie in Scratch oder einer beliebigen Programmiersprache Ihrer Wahl umsetzen. Wir haben eine Array-Variable, die heißt Array und die Werte sind 4 für das erste Element, 6 für das zweite Element, 2 für das dritte Element und 9 für das vierte Element. Sie sollen den größte Zahl- ans Ende-Algorithmus in Scratch oder einer anderen Programmiersprache umsetzen. Das heißt, Sie programmieren das jetzt. Beachten Sie, wenn Sie mit PHP oder Java oder JavaScript oder Python operieren, werden Sie natürlich mit dem Indexwert 0 beginnen und nicht mit dem Indexwert 1. Stoppen Sie das Video, machen Sie es jetzt. Gut, jetzt gehe ich das Ganze mal in Scratch an. Erstmal brauche ich eine neue Liste, die heißt Array. Wie Sie bereits gelernt haben, löschen wir erstmal alles aus Array, damit nicht noch alte Werte drin bleiben. Jetzt fügen wir die vier bekannten Zahlen ein. Und jetzt können wir unsere Schleife vorbereiten. Dazu brauchen wir eine Indexvariable, eine, die die Indexwerte durchläuft. Wir fangen mit dem ersten Wert des Arrays an, beziehungsweise mit dem ersten Element. In einer anderen Programmiersprache wäre das nicht die 1, sondern die 0, aber in Scratch ist es die 1. Und jetzt können wir unsere Schleife einbauen. Die Schleife soll so lange laufen, bis Index den Wert Länge minus 1 erreicht hat. Also sobald Index den Wert 4 minus 1 erreicht hat, ist die Schleife oft genug gelaufen, dann soll sie nicht mehr laufen. Also sobald Index größer als 3 ist, soll die Schleife nicht mehr laufen. Anders gesagt, Index 3 soll nochmal laufen, das heißt Wert 3 und 4 sollen verglichen werden, danach nicht mehr. Was passiert jetzt? Wir prüfen immer, ist das aktuelle Element größer als das nächste Element. Wenn also im Beispiel das Element 1 des Arrays größer ist als das Element 2 des Arrays, dann brauchen wir den Dreieckstausch. Das heißt, wir vertauschen dann die beiden Elemente. Dazu, wie Sie sich erinnern, brauchen wir eine Zwischenspeichervariable, eine temporäre Variable. Ich setze also den Zwischenspeicher auf beispielsweise Element 1, das heißt, ich habe mir Element 1 gemerkt. Jetzt kann ich Element 1 ersetzen durch Element 2 und jetzt kann ich Element 2 ersetzen durch das alte Element 1. Schauen Sie mal kurz hierhin, hier habe ich einen Fehler gemacht in der ganzen Klickerei-Orge, die es bei Scratch so gibt. Richtig, Index hat ja jetzt bereits den Wert von Element 2 angenommen, deshalb brauche ich ja die Zwischenspeichervariable, um sie hier reinzuschieben. Wie gesagt, falls Sie hiermit Schwierigkeiten haben, sollten Sie unbedingt jetzt, jetzt das Video aufhören und das Dreieckstauschvideo anschauen und die ganzen Übungen dazu machen. Gut, wir dürfen nicht vergessen, den Index hochzuzählen. Das heißt, wir wollen ja dann zum nächsten Element gehen und damit ich das genauer sehe, lasse ich Ihnen mal hier nachreden, Schleifendurchlauf, eine Sekunde warten, gucken wir, was passiert. Es ist nicht irre begeisternd, da die 9 sowieso schon am Ende war. Ich schreibe mal hier eine hohe Zahl rein, nämlich die 413. Lass es noch einmal laufen. Wir sehen, die 413 wandert so ans Ende. Jetzt programmiere ich das Gleiche nochmal in Eclipse, in Java. Ich lege ein Array ein mit Ints, also mit Ganzzahlen, da packe ich die 4, 6, die 2 und die 9 rein. Dann deklariere ich die Indexvariable, initialisiere sie mit Nulls, gleiche für Zwischenspeicher, sind jeweils Ganzzahlen. Und jetzt kommt eine Schleife, wo ich sage, mache, solange Index noch kleiner als die Länge des Arrays ist. Den Vergleich ist das aktuelle Element größer als das folgende Element. Wenn ja, kommt der Dreieckstausch. Ich setze die Variable Zwischenspeicher auf das aktuelle Element, schiebe das zweite, also das folgende Element, ins erste Element und hole mir aus dem Zwischenspeicher das erste Element und schiebe ihn ins zweite Element. Damit habe ich getauscht. Ich inkrementiere, also erhöhe den Index und lasse es mir ausgeben. Wir sehen es jetzt gleich links unten. Hier ist das Array richtig sortiert. Damit man es besser sieht, gebe ich vorne mal eine große Zahl rein, 334 und die 334 wurde nach hinten sortiert. Sie haben jetzt gelernt, wie man in einem Array die größte Zahl ganz nach hinten transportiert. Aber das müssen wir jetzt natürlich noch mehrmals machen, nämlich so, dass das komplette Array sortiert ist. Gucken wir nochmal unseren Kumpel an, wie er das macht. Das ist jetzt sein erster Durchgang. Die erste große Zahl ist nach hinten geraten. Jetzt die zweite. Sie sehen, er hat insgesamt zehn Elemente. Zählen wir mal mit, wie viele Durchgänge er braucht. Er ist jetzt hier beim fünften Durchgang. Jetzt kommt der sechste Durchgang. Der siebte Durchgang. Der achte und der neunte Durchgang. Der Kollege hat also bei zehn Elementen neun Durchgänge gebraucht. Da braucht es ja auch klar, denn die letzten zwei Elemente, also die am Anfang des Arrays, sortieren sich ja automatisch, da die letzte Zahl, die übrig ist, zwangsläufig die kleinste Zahl ist. Wir merken uns also, wir brauchen einen Durchgang weniger, als wir Elemente im Array haben, um das komplette Array zu sortieren. Wir müssen also Länge des Arrays minus 1 mal den größte Zahl ans Ende Algorithmus durchlaufen lassen. Strukturiert, also in Form eines Struktogramms, sieht es so aus. Wir wiederholen den größte Zahl ans Ende Algorithmus in Länge des Arrays minus 1 Durchgängen. Also haben wir ein Array mit zehn Elementen in neun Durchgängen. Dazu haben wir eine Variable, das ist jetzt nicht hier aufgeschrieben, dass die deklariert wird und initialisiert. Die nennen wir Durchgang und die zählen wir einfach hoch, solange bis sie Länge des Arrays minus 1 ist. Gut, wollen wir mal sehen, ob Sie das kapiert haben. Gegeben sei ein Array mit diesen beiden Zahlen, nämlich die 7 und die 5. Wie oft müssen wir den größten Zahl ans Ende Algorithmus laufen lassen, damit das Array komplett sortiert ist. Sie haben sich jetzt gedacht, hä, was will er, das machen wir einmal und dann ist korrekt sortiert. Natürlich haben Sie da völlig recht. Was ich damit zeigen will, ist erstens auch hier stimmt die Formel. Die Länge des Arrays ist 2. Wir müssen es einmal weniger als die Länge laufen lassen. Also mit einem Durchgang sind wir fertig. Und Sie sehen, wenn einmal die größte Zahl ans Ende geschafft wird, dass dann die kleinste Zahl ganz vorne automatisch einsortiert ist. Gut, jetzt schauen wir an, wie wir das tatsächlich realisieren. Ich habe das Scratch-Programm von vorhin ganz leicht verändert. Und zwar, ich habe einfach den größte Zahl ans Ende Algorithmus hier reingepackt in diesen Block. Da habe ich noch was vergessen. Nämlich natürlich gehört die Initialisierung des Index auf 1 zum größte Zahl ans Ende Algorithmus, da der immer mit Index gleich 1 beginnt. Und jetzt passiert folgendes, alles aus Array wird gelöscht, es werden vier Werte eingefügt und dann wird dieser Algorithmus aufgerufen. Aber diesen Zahl ans Ende Algorithmus möchten wir jetzt in mehreren Durchgängen, nämlich Länge minus 1 mal aufrufen. Also brauchen wir eine Variable, die nennen wir Durchgang und die benutzen wir, um die Schleife laufen zu lassen. Gut, die Länge des Arrays ist 4, wir brauchen also drei Durchgänge. Ups, habe ich Durchgang nicht initialisiert. Kann ich hier oben machen. Wir starten mit Durchgang 1, ist es größer als 3? Nein, also läuft die Schleife durch. Wir lassen den größten Zahl ans Ende Algorithmus laufen. Erhöhen Durchgang, wir sind im zweiten Durchgang, ist 2 größer als 3? Nein, wir lassen also die Schleife laufen. Wir ändern Durchgang um 1, erhöhen es. Durchgang ist 3, ist 3 größer 3? Nein, ist nicht. Also läuft die Schleife wieder, größter Zahl ans Ende Algorithmus. Durchgang erhöhen. Wir kommen jetzt zum vierten Durchgang. 4 ist größer als 3. Ja, richtig. Also bricht die Schleife ab. Ist ja klar, bei vier Elementen brauchen wir nur drei Durchgänge. Jetzt können Sie sagen, woher weiß der gute Mann, dass drei sind? Dann sage ich, naja, 4 minus 1 gibt 3. Aber die Länge kann sich ja ändern, wenn beispielsweise Elemente dazukommen oder gelöscht werden. Deshalb holen wir die Länge der Liste lieber dynamisch. Ich lasse ihn hier auch mal eine Sekunde warten. So, Durchgang 1. Jetzt kommt Durchgang 2. Jetzt kommt Durchgang 3. Und fertig. Wie Sie sehen, funktioniert es ganz wunderbar, aber er hat noch einen Schönheitsfehler. Wenn Sie sich an den Roboter erinnern, dann erinnern Sie sich, dass die Durchgänge immer kürzer wurden. Da er, wenn er die 6, die 7, die 8 und die 9 schon einsortiert hatte, musste er diese restlichen Elemente nicht mehr sortieren. Was wir hier machen, wir lassen jedes Mal die größte Zahl ans Ende Sache durchlaufen bis ans Ende des Arrays. Das macht uns jetzt eigentlich nichts aus, aber stellen Sie sich vor, Sie haben eine Million Elemente, die Sie sortieren wollen. Dann ist das natürlich eine zeitaufwendige Sache. Eigentlich müssen wir den Index nicht laufen lassen bis ganz ans Ende des Arrays, sondern wir können die Anzahl der Durchgänge abziehen. Ich darf es Ihnen demonstrieren. Im ersten Durchgang vergleichen wir die Elemente 1 und 2, 2 und 3 und 3 und 4, also drei Vergleiche. Im zweiten Durchgang vergleichen wir nur noch die Elemente 1 und 2 und 2 und 3, da das vierte Element schon einsortiert ist. Im dritten Durchgang vergleichen wir nur noch die Elemente 1 und 2, da Elemente 3 und 4 schon einsortiert sind. Das heißt, bei Durchgang 1 durchlaufen wir die Länge des Arrays minus 1 minus das letzte Element. Bei Durchgang 2 können wir aber die letzten zwei Elemente ignorieren und bei Durchgang 3 können wir die letzten drei Elemente ignorieren. Das heißt, bei Durchgang 1 laufen wir bis zum vorletzten Element, wie Sie ja schon gesehen haben. Wir müssen das letzte Element nicht mehr mit sich selbst vergleichen. Also in dem Moment, wo das vorletzte Element mit dem letzten verglichen wird, sind wir fertig. Bei Durchgang 2 ist am Schluss aber schon ein Element korrekt einsortiert. Das heißt, wir müssen nur bis zum vorvorletzten Element gehen. Dann wird das vorvorletzte und das vorletzte korrekt einsortiert. Das letzte spielt keine Rolle. Wir müssen also nicht sagen Länge des Arrays minus 1, sondern Länge des Arrays minus Durchgang. Die Zeitersparnis wird uns jetzt nicht auffallen, zumal wir zwischendrin immer eine Sekunde warten. Aber auch so funktioniert es. Ich könnte es Ihnen jetzt veranschaulichen, aber ich habe keine Zeit und keine Lust. Oh Mann, schon wieder der Kiltau. Was will der denn? Hallo, Herr Professor Kiltau. Hallo, Herr Metz. Schön, dass ich Sie erreiche. Ich habe mir gerade Ihr Video angeschaut und ich muss sagen, das Video ist sehr, sehr gut geworden. Was natürlich angesichts des zugrunde liegenden Konzepts, das von mir entwickelt wurde, erwartbar war. Haben Sie auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Es gibt nur diese eine Sache, eine kleine Kritik habe ich. Am Schluss versandt das Ganze schon ein bisschen lasch. Ich hatte den Eindruck, sie waren erschöpft. Aber die Schüler, die sind doch jetzt heiß drauf, das Ganze in Scratch umzusetzen. Das wollen wir doch. Wie wäre es denn, wenn Sie mich schon bei der Wellness stören, wenn Sie das selbst machen würden? Okay, das mache ich gerne. Also, alle zusammen, die Aufgabe ist jetzt, setzen Sie das in Scratch um. Los geht's.